Hallo liebe Zuschauer, ich befinde mich hier mit GNP TV bei World of Fight. Neben mir Saigon Muradov, der eben seinen Kampf gegen Toni Karlovic in der zweiten Runde durch TKO gewinnen konnte. Saigon, sag uns ein bisschen darüber, wie der Kampf ging und wie du es sah. Am Anfang sah ich es und dachte, ich muss ihn töten, weil wir gesehen haben. Und im zweiten Runde habe ich gesagt, die Kondition ist schlecht, also muss ich es wegnehmen. Ich habe keine Kondition. Also habe ich ihn in der zweiten Runde. Ich dachte, ich kann ihn in der ersten Runde, aber nein. Ja, du sagst, in der ersten Runde, während der Stairdown, die zwei waren bereit zu gehen. Vielleicht gab es eine Intensität. Aber es gab keine persönliche Probleme zwischen dir. Nein, es gab keine Probleme. Es gab nur einen Kick, den du in der Runde und die Wille zu gewinnen. Das ist alles. Die Kampf war meistens auf der Grund. Habt ihr versucht, es aus dem Start zu nehmen? Oder fühlst du auf der Grund? Ich bin ein Konditioner, ein Konditioner. Ich habe seit sieben Jahren Judo gearbeitet. Ich habe eine Kondition in Grappling, in der Brasilienische Jujutsu gearbeitet. Aber ich dachte, ich muss ihn auf der Grund stecken. Aber er wollte auf der Grund. Also habe ich ihn auf der Grund gebracht. Er hat mich auf der Grund gebracht. Und ich habe es auf der Grund gebracht. Ja, du hast wirklich deine Wille auf der Grund gebracht. Jetzt hast du diesen Kampf, diesen Wunsch und viele andere Wunscher vor. Also bist du wirklich auf der Grund gebracht. Was ist für dich nächstes? Ich weiß nicht, wer mich macht. Wer möchte mich den Kampf sehen. Ich gehe. Ist es jemanden, die du gegen dich möchtest? Nein, das ist niemand. Vielleicht in der Zukunft alles ist über ihn. Du musst dafür noch ein paar mehr Pounds geben. Das ist für mich. Es geht nicht darum. Ich will ihn nicht kämpfen. Du wirst ihn mit Schwede gewinnen. Okay. Vielen Dank für das Interview. Wenn du jemanden möchtest? Ja, ich möchte möchtest. Meine Freunde. Können Sie mich hierher nehmen? Ja, wenn du möchtest. Hey, Jungs! Komm auf die desk. Komm, Jungs. Das ist mein Trainer. Fiddi. Ich muss ihn bedanken. Ich habe gelernt. Das ist mein Bruder. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Ich möchte auch zu allen schrauben. Ich möchte vielen, die sich um mich zu tun haben. Ich möchte mich zum mois über das. Ich möchte meinen Eltern, die mich auch zu unterstützen. Ich möchte auch zu allen, die mir in hartem Wagen unterstützen. Ich möchte auch alle Customs abdenen. Untertitelung des ZDF, 2020